Geh mal runter, dann komm wieder wüsste ich hoch. Ey, ich geh jetzt kurz runter. Geh kurz in den Keller. Ja, ich muss unten die Props, dann komm in den Keller, okay? Ja, okay. Oh, warte. Julius, ich nehme auch alles da. Mädels stehen auch auf handwerkliche Typen, ne? Ich hab noch Frauen. Sag mal, hey du zum Blog, gell? Spielblatt, in der Arbeit. Hat keiner gezählt? 7 vs. 1. Der hat dich gebissen. Hä, ehrlich, der hat dich gebissen? Hä, das ist krass, weil ich hab halt über Weihnachten Fotos von dir aufgestellt und ihm die ganze Zeit darauf abgerichtet. Das hat echt funktioniert. Cool. Cool. Guck mal, der macht doch gar nichts, der macht doch nichts. Nachdem wir jetzt tatsächlich hier die ganze Halle auseinandergebaut haben. Du hast nichts gemacht. Julius, wenn du das nochmal behauptest, dann... Du hast alles selber gemacht. Danke dir. Marius hat was Geiles gebaut, und zwar eine neue VR Experience. Das werden wir jetzt ganz kurz ein bisschen mitnehmen. Wenn ihr das ganze Video sehen wollt, checkt euch den Kanal aus. Das ist Marius. Hi, ich bin Marius. Was ist hier für ein Holzgerüst aufgebaut? Was soll denn das? Das ist jetzt schon die Experiment hier. Das ist die Experiment? Boah, fühlst du das? Ich hab ganz viele Splitter in der Hand. Aua. Das war so klar. Hilfe! Ah! Oha, Junge! What the f***? Willst du mich f***en? Wie krass ist das denn? Hey, Marius? Alter! Guck mal an die Wand deinen Schatten an. Hehehehe! Hehehehe! Ah! Oh, London! Das ist so ein Scheißwetter. Wir sind in Amsterdam. Amsterdam. So, im Nachgang kommen jetzt ganz kurz wunderschöne Schnittbilder von Amsterdam. Basically hat hier alles zu. Das heißt, wir gehen jetzt mit 10 Minuten in die Stadt, um diese Schnittbilder aufzunehmen. Dann fahren wir zur Produktion. Und dann werden wir uns richtig anrein... Alter, Trimax! Cool, dich kennenzulernen. Nice, lange nicht gesehen. Das hast du. Ich bin jetzt für, ähm... Das hat er schon gewählt, war der Erste hier. Das willst du haben? Dann will ich das. Nein! Nein, ich will... Das! Wieso hat er so viel Hase? Was soll ich nochmal? Arschbohrer kriegt jeder! Meiner... Uh! Meiner hat einen P*****! Oh! Meiner hat auch einen P*****! Hat deiner keinen? Ich hab... Der hat einen richtigen Longos, Alter hier! Scheiße! Sag mal! Mein Baby hat eine Scheide! Ey, besser als das, wie haarig das schon ist! Hä? Ey! Mein kleiner Sissi! Ja, was ist das? Ja, was ist das? Oh! Oh! Was ist denn? Der, wenn gleich einer hier von der Produktion reinkommt... Ich hab schon den Kopf von meinem Kind in der Hand. Ich bin halt ein bisschen drüber... Digga, du kannst auch ein Baby nicht so greifen am Kopf! Das hat hier so einen Griff! So! Nein, nein, hier ist so ein Griff! Das hat so einen Griff! Riemen! Mit deinem Tranken, Alter! So! Ihr haltet Händchen! Seid ihr ein Paar? Ja? Ihr habt die letztens... Ja, ja! Sehr schön! Okay, cool! Also folgendes! Wir haben gerade gehört, dass es hier tatsächlich Bier gibt. Das heißt, wir werden uns jetzt richtig an Reintrinken während der Show! So! Hey! Wie wird das auch... Das hier ist mein Baby! So ein Süßer, oder? So ein Süß... Oh! Ups! Ich hab das Ding hier ganz souverän nach Hause geholt und ich habe tatsächlich nicht nur ein bisschen was in meinem System an Bier gerade drin, sondern auch dieses T-Shirt gewonnen! Das ist so... Das werde ich jetzt jeden Tag tragen! Ehrlich jetzt! Weil ich bin der beste Vater! Die Dinge laufen im Leben nicht immer so wie geplant! Gehen wir zusammen auf jeden Fall jetzt noch... Das ist einfach so ein Haufen von Kindern, Junge! Ganz gut! Gehen wir auf jeden Fall jetzt zusammen noch durch Amsterdam! Wir werden jetzt hier noch richtig randalieren! Nein, es ist nichts mehr geplant! Die Stadt hat zu! Wir gehen jetzt schlafen! Es war ein wunderschöner Vlog! Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da! Vielleicht kriegen wir euch ein schönes Foto! Ein Abschlussbild zusammen an den Grachten hin, oder? Ja! Das wäre super! In diesem Sinne! Ey Leute! Abonniert Revis Kanal! Das ist immer cool! Wie wenn ihr eh die Videos schaut! Das ist ein Klick! Macht das doch! Keine Ahnung! Danke Max!